In diesem Tutorial werden wir uns im Rahmen gebrochen rationaler Funktionen das Verhalten bei Annäherung an die Definitionslücken ein bisschen näher anschauen. Natürlich ist es in erster Reihe wichtig zu wissen, wie eine Definitionslücke aussieht. Dafür schauen wir uns das Schaubild einer gebrochen rationalen Funktion an, das man auch hier Perbel nennt. Und wenn ihr dieses Schaubild genau anschaut, dann seht ihr, dass die Funktion nicht überall definiert ist. Und zwar an der Stelle "-1", existiert die Funktion nicht. Diese Stelle nennt man dann auch Definitionslücke oder alternativ Polstelle. Außerdem kann man auch gut erkennen, dass sich die Funktion an dieser Polstelle von beiden Seiten annähert. Genau diese Annäherung wollen wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel von links an dieser Polstelle nähern und wir den Verlauf der grünen Kurve verfolgen, dann erkennt man ganz einfach, dass die grüne Kurve hier nach unten geht, also gegen Minusunendlich. Auf der anderen Seite, wenn wir uns von rechts an dieser Polstelle nähern, dann geht die grüne Kurve nach oben natürlich gegen Plusunendlich. Und solch eine Polstelle, wo man von links nach rechts aus gesehen von Minusunendlich zum Plusunendlich springt oder natürlich auch andersrum von Plus zu Minusunendlich, nennt man Polstelle mit Vorzeichenwechsel. Abgekürzt VZW an dieser Stelle. Außerdem heißt diese rot gestichelte Gerade mit der Gleichung x gleich Minus 1 auch senkrechte Asymptote. Und das ist von Aussehen her nicht die einzige Art von Definitionslücke. Deshalb schauen wir uns jetzt noch ein Schaubild an. Ich glaube, hier ganz gut erkenne war, an der Stelle 1 haben wir eine Definitionslücke oder Polstelle. Allerdings, wenn wir uns jetzt bei dieser Funktion von links beziehungsweise von rechts an dieser Polstelle annähern, dann auf der linken Seite geht die Kurve nach oben, gegen Plusunendlich und auf der rechten Seite ebenfalls. Das bedeutet, das ist eine Polstelle ohne Vorzeichenwechsel. Und dieser rote Gerade mit der Gleichung x gleich 1 ist natürlich auch eine senkrechte Asymptote. Und noch eine kleine Anmerkung an dieser Stelle. Es gibt von Eigenschaften her noch eine dritte Art von Definitionslücke. Die sogenannte hebbare Definitionslücke oder hebbare Polstelle. Die werden wir uns ein bisschen später anschauen, nach der ersten Beispielaufgabe. Als nächstes wäre es natürlich wichtig zu wissen, wie man dieses Verhalten an der Definitionslücke angeben kann. Also damit meine ich die Schreibweise. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Ich werde jetzt die zwei üblichen zeigen. Dafür schauen wir uns wieder unsere Schaubilder von vorher an. Und wenn wir jetzt mit dem linken Schaubild anfangen und uns von links an die Definitionslücke nähern, dann können wir das Ganze wie folgt schreiben. Also wir sagen, für x gegen minus 1, die Definitionslücke war ja bei minus 1, und x kleiner minus 1, dieser Hinweis heißt, dass wir uns von links nähern an die minus 1, gilt f von x gegen minus unendlich. Wenn wir jetzt die rechte Seite betrachten, dann heißt es für x gegen minus 1 und x natürlich größer minus 1, das würde, dass wir uns von rechts aus nähern, gilt f von x gegen plus unendlich. Beim rechten Schaubild können wir uns natürlich so ähnlich schreiben. Wir nähern uns erstmal von links an die Definitionslücke. Deshalb sagen wir, für x gegen 1 und x kleiner 1 gilt f von x gegen unendlich. Und wenn wir uns von rechts nähern, dann für x gegen 1 mit x größer 1 gilt natürlich ebenfalls f von x gegen unendlich. Eine mögliche Alternativschreibweise, die vor allem im Studium benutzt wird, sieht dann wie folgt aus. Wir schauen jetzt auf der linken Seite. Und da haben wir Limes für x gegen minus 1 und dann noch ein Minuszeichen hinter dem minus 1. Das bedeutet, dass wir uns von links an dieser Definitionslücke nähern. Und das Ganze läuft dann natürlich gegen minus unendlich. Oder wenn wir uns von rechts nähern, Limes für x gegen minus 1 mit einem Plus hinten von f von x ist gleich plus unendlich. Natürlich auf der rechten Seite genauso. Einmal mit 1 und Minuszeichen hinten, wenn wir uns von links nähern. Und einmal mit einer 1 mit dem Pluszeichen hinten, wenn wir uns von rechts nähern. Nachdem wir uns an den Schaubilder hoffentlich zurechtfinden mit diesem Thema, ist es natürlich an der Zeit, sich das Ganze nochmal rechnerisch anzuschauen. Es ist natürlich auch klar, dass man nicht immer das Schaubild vor dem Augen hat, beziehungsweise in der Lage ist, sich das Schaubild einer solchen Funktion vorzustellen. Deshalb ist es wichtig, dass ihr auch ohne ein Schaubild klarkommt und in der Lage seid, dieses Verhalten an die Definitionslücken zu entscheiden. Dafür schauen wir uns jetzt diese gebrochen nationale Funktion an. Und natürlich brauchen wir als erstes die Definitionslücken. Wenn sie am Funktionsterm nicht direkt ablesbar sind, was manchmal auch der Fall ist, ist es das Beste, sie auszurechnen. Und zwar dafür setzt man immer den Nenner gleich 0. Und genau das werde ich jetzt auch machen. Ich schnappe mir diesen Nenner von oben, dieser 2x²-8 und setze es gleich 0. Also entsprechend haben wir dann 2x²-8 gleich 0. Wir formeln ein bisschen um, also wir bringen die 8 rüber mit plus 8. Dann haben wir 2x² ist gleich 8. Entsprechend geteilt durch 2. Und wir haben dann x² ist gleich 4. So oder so, wenn wir die Wurzel ziehen, haben wir hier an dieser Stelle zwei Lösungen. Einmal x1 ist natürlich 2 und x2 ist minus 2. Also, das sind unsere Definitionslücken. Natürlich brauchen wir als nächstes dieses Verhalten an dieser Definitionslücken. Und auch wenn wir hier kein Schaubild haben, wir können uns trotzdem die x-Achse grob vorstellen und an dieser x-Achse dieser Definitionslücken eintragen. Also, einmal hier links minus 2 und dann die 2. Jetzt müssen wir nur noch links und rechts jeweils von dieser Definitionslücken schauen, wie sich die Funktion verhält. Das ist ja ganz einfach. Wir wählen zum Beispiel auf der linken Seite von der minus 2 eine Zahl nahe minus 2 und setzen sie in unsere Funktionsgleichung oben ein. Ich habe mich jetzt für die minus 3 entschieden und habe den Wert ausgerechnet. Also, oben eingesetzt für x, die minus 3 ergibt minus 1,4. Diese Zahl kann uns dann sagen, in welche Richtung die Funktion geht. Zum Beispiel, diese Zahl ist negativ. Das bedeutet, für x gegen minus 2, mit x kleiner als minus 2, gilt, dass f und x gegen minus unendlich geht. Also, auf diese Weise können wir dann auch weitermachen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt rechts vor der minus 2 eine Zahl wähle, die minus 1 beispielsweise, dann kommt plus 1 raus. Dann gehen wir davon aus, dass das Ganze jetzt gegen plus unendlich läuft. Also, immer am besten nur auf das Vorzeichen schauen. Also, für x gegen minus 2 und x größer minus 2, also wir nennen uns von rechts an dieser Definitionslücke, gilt f von x gegen plus unendlich. Genau auf die gleiche Weise können wir dann auch bei der anderen Definitionslücke links und rechts schauen. Also, links vor der 2 nehme ich natürlich die 1. Da habe ich minus 0,3. Deshalb kann ich ja sagen, dass von der Seite aus alles gegen minus unendlich läuft. Und auf der rechten Seite nehme ich natürlich die 3. Und das Ergebnis lautet plus 1. Also, von der Seite läuft natürlich alles gegen plus unendlich wieder. Diese Taktik funktioniert eigentlich sehr gut. Es kann allerdings sein, dass ihr bei manchen Funktionen ein bisschen näher an die Definitionslücke gehen müsst, mit dieser Werte, die ihr wählt. Zum Beispiel, wenn wir jetzt die rechte Definitionslücke betrachten. Es kann auch sein, dass wir statt 1 1,5 nehmen müssen, also ein bisschen näher an die 2 gehen müssen. Oder auf der rechten Seite statt 3 2,5 nehmen müssen. Natürlich sind dann die Rechnungen ein bisschen komplizierter, wenn man die Anfangsfunktion einsetzt. Aber mit dem Taschenrechner gäbe es da auch keine Probleme. Und, um jetzt noch unsere Rechnung kurz zu überprüfen, zum Beweis des Schaubild dieser Funktion. Also, auch hier kann man dieses Verhalten an die Definitionslücken problemlos erkennen. Wie bereits am Anfang erwähnt, es gibt noch eine dritte Art von Definitionslücke, diese hehbare Definitionslücke oder auch hehbare Polstelle genannt. Und das werde ich hier an dieser Stelle sozusagen als Sonderfall betrachten. Deshalb schauen wir uns jetzt diese Funktion hier an. Und wir legen genauso los wie vorher, indem wir die Definitionslücken bestimmen. Und dafür nehme ich natürlich wieder unseren Nenner und setze es an dieser Stelle gleich 0. Entsprechend haben wir dann hier 2 x hoch 2, minus 2, gleich 0. Schieben wir ein bisschen rum, die minus 2 mit plus 2 rüber. Das bedeutet, 2 x² ist dann 2. Wir teilen durch 2. Und somit haben wir x² ist gleich 1. Dann ziehen wir die Wurzel. Und es gibt zwei Lösungen oder zwei Definitionslücken. x1 ist 1 und x2 ist minus 1. Und jetzt gehen wir davon aus, wir hätten die Möglichkeit, das Schaubild dieser Funktion zu sehen. Und das will ich auch jetzt hier rechts kurz einblenden. Schaubild dieser Funktion sieht so aus. Bei näherem Betrachten erkennt ihr, glaube ich, auf Anhieb das Problem. Wir können an diesem Schaubild nur eine dieser Definitionslücken sehen, so wie wir es von vorher kennen. Und zwar die hier bei minus 1. Ja, was ist mit der 1 passiert? Dieser Definitionslücken ist natürlich immer noch da, aber sieht ein bisschen anders aus als die linke. Und zwar, das ist jetzt als ein Loch in der Funktion sichtbar. Okay, zugegeben, ich habe diesen Punkt ein bisschen übertrieben groß gezeichnet, damit er erkennbar ist. Normalerweise ist es ein bisschen natürlich kleiner. Und dieser Loch in der Funktion könnte man auch rechnerisch erkennen, wenn man die Nullstelle der Funktion bestimmt. Also ich habe hier mit Grau auf der rechten Seite die Nullstelle bestimmt. Die ist bei 1 und ihr seht, die Nullstelle beißt sich mit unserer Definitionslücke. Wenn das der Fall ist, passiert genau sowas. Also, wir wissen jetzt, wie wir auch rechnerisch überprüfen können, ob dieser Sonderfall zutrifft. Wir berechnen zusätzlich die Nullstellen der Funktion und wenn die Definitionslücke und die Nullstelle identisch sind, dann haben wir eine sogenannte hebbare Polstelle. Vergessen wir aber nicht, was die Aufgabenstellung eigentlich von uns wollte, und zwar das Verhalten an dieser Definitionslücke. Deshalb fangen wir jetzt mit der ersten Definitionslücke, also die linke, an. Das ist ganz einfach, man kann es am Schaubild problemlos ablesen. Wenn wir uns von links nähern, dann geht es gegen Minusunendlich und von rechts aus geht es gegen Plusunendlich. Das können wir auch, wie bereits vorher besprochen, hinschreiben. Also das ist jetzt von links aus gesehen und das von rechts. An diesem Loch ist die Sache nicht so einfach. Und zwar, man könnte mit der gleichen Taktik wie vorher anfangen und links und rechts irgendwelche Werte einsetzen und gucken, gegen welchen Wert sich das Ganze nähert. Das wird ja immer das Gleiche, muss das Gleiche rauskommen. Allerdings ist das ein bisschen ungewiss, ob ihr wirklich auf die tatsächliche richtige Zahl kommt an dieser Stelle. Deshalb gibt es hier eine andere Taktik, die ich euch kurz zeigen möchte. Die Funktionstherme in solchen Fällen kann man so vereinfachen oder kürzen, dass dieses genannte Problem mit der Definitionslücke in der Nunstelle einfach verschwindet. Also schauen wir uns dafür die Funktion an und die werde ich jetzt ein bisschen anders schreiben. Beim Zähler oben kann ich nichts vereinfachen oder machen, allerdings beim Nenner geht auf jeden Fall was. In erster Reihe können wir hier aus beiden Themen eine 2 ausklammern. Und dann sieht das Ganze so aus, 2 mal Klammer auf, x² minus 1. Dann geht es ein bisschen weiter. Nenner kann man weiterhin bearbeiten. Wenn man das genauer hinschaut, dann sollte man die dritte binomische Formel erkennen. Also hier steht eigentlich eine 1 hoch 2, was wiederum 1 ist. Das bedeutet, die 2 vorne bleibt natürlich so, wie sie ist. Und nach der dritten binomischen Formel haben wir hier x minus 1 mal x plus 1. So, und ich hoffe, jetzt ist es sichtbar. x minus 1 kürze ich im Zähler und Nenner weg. Das bedeutet, unsere Funktion lautet dann nur noch 1 durch 2 mal x plus 1. Und in diesem veränderten Funktionsterm können wir jetzt unser Problemwert einsetzen, also die 1. Also ich setze hier einfach für x1 ein. Also wir berechnen hier an der Seite f von 1. Und dann haben wir natürlich 1 durch 2 mal 1 plus 1. Und ich hoffe, jeder von euch kann an dieser Stelle erkennen, dass ergibt 1 Viertel. Und das ist der Wert, wo man sich bei diesem Loch nähert, von links und von rechts. Also schlussfolgernd können wir sagen, dass für x gegen 1 die Funktion gegen 1 Viertel geht. Diesmal müssen wir es nicht von links und von rechts betrachten, weil von beiden Seiten das Ganze gegen 1 Viertel geht. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Auch wenn dieses Video in Bezug auf Definitionslücken mehr oder weniger ein Vertiefungsthema war, ist natürlich auch wichtig, die allgemeine Bestimmung von senkrechten Asymptoten Polstellen zu kennen. Bei diesen hebbaren Definitionslücken bzw. Polstellen gibt es natürlich auch ein bisschen mehr zu wissen, als wir in diesem Tutorial gesehen haben. Außerdem in diesem Zusammenhang macht für gebrochen nationale Funktionen durchaus Sinn, dass ihr euch auch noch die Waagerechte Asymptote bzw. das Verhalten im Unendlichen anschaut. Wenn Bedarf Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht. Ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts. Das Video geht um zu diesem Video. Jetzt kann es auch ein bisschen mehr zu machen. Das Video geht um zu einer Software. Und dann geht es uns um ein paar Aufnahmen. Und dann geht es uns um ein paar Aufnahmen.